Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute zeigen wir viel Bein, denn wir befassen uns mit dem Thema Erysibel, das man umgangssprachlich auch Grotlauf oder Wundrose nennt. Es handelt sich hierbei um eine flächenhafte Entzündung der Haut, der Unterhaut und der Lymphgefäße. Am häufigsten wird das Erysibel durch betahemolysierende Streptokokken verursacht. Diese Erreger dringen meist über kleine Wunden in die Haut ein und breiten sich dann aus. Zumeist tritt das Erysibel am Unterschenkel, im Gesicht, aber auch an Armen auf. Die Symptome eines Erysibels sind zumeist schmerzhafte, scharf begrenzte, flächige Hautrötungen, eventuell mit zentralen Bläschen. Diese Bläschen treten zumeist am Unterschenkel auf. Es kommt zu einer Überwärmung der betroffenen Stelle, einer Schwellung, eventuell Juckreiz, kontinuierlichen Fieber, das heißt die Temperatur ist gleichbleibend hoch bei etwa 38 bis 39 Grad Celsius und einer maximalen Schwankung von einem Grad. Der oder die Betroffene fühlt sich zumeist schwer krank. Und eventuell kommt es zu einer Lymphangitis oder Lymphadenitis, das ist eine Entzündung der Lymphgefäße oder Lymphknoten. Was sind also die Ursachen und begünstigende Faktoren für ein Erysibel? Wie bereits eingangs erwähnt sind zumeist betahemolisierende Streptokokken verantwortlich. Aber auch der Staphylococcus aureus kann ein Erysibel hervorrufen. Zumeist dringen diese weitverbreiteten Bakterien über kleine Hautwunden oder auch ein Eczem in den Körper ein. Auch ein Fußpilz kann für ein Erysibel verantwortlich sein. Ebenso ist die chronisch-venese Insuffizienz, die dann eine Stauungsthermatitis verursacht, ein begünstigender Faktor für ein Erysibel. Auch Übergewicht wirkt sich prädisponierend für ein Erysibel aus. Was sind nun die Komplikationen eines Erysibels? An der betroffenen Stelle kann es zu einer Nekrose oder einem Gangren kommen, also dass das betroffene Gewebe abstirbt. Außerdem kann sich ein sekundäres Lymphödem bilden. Das ist eine Schwellung infolge von gestauter Lymphflüssigkeit im subkudanen Gewebe und das breitet sich dann von proximal nach distal, also vom Körperzentrum, in die Peripherie aus. Ebenso sind Streptokokken-assoziierte Nacherkrankungen möglich, wie zum Beispiel eine Arthritis, das ist eine Gelenksentzündung, rheumatisches Fieber, eine Endokarditis, das ist eine Entzündung der inneren Herzhaut und meist sind auch Herzklappen mit betroffen, und auch eine Glomerulonephritis zählt dazu. Das ist eine Form der Nierenentzündung und kann in weiterer Folge bis zur Niereninsuffizienz führen. Ist das Gesicht von dem Erysibel betroffen, ist auch eine Hirnvenenthrombose möglich. Diese ist lebensbedrohlich. Eine weitere Komplikation ist eine Begleitthrombophlebitis im betroffenen Areal. Wie geht der Arzt nun in der Diagnostik eines Erysibils vor? Nun zuerst einmal wird die Haut untersucht und im Labor zeigt sich eine Leukozydose, das ist eine Erhöhung der Anzahl der weißen Blutkörperchen. Ebenso sind die Blutsenkung und das CRP erhöht. Einen weiteren Anhaltspunkt bietet der Anti-DNA-A-A-C-B-Titer. Bei einer Infektion mit Streptokoppen bildet der Körper nämlich diesen Antikörper und daher ist ein Rückschluss auf diese Infektionserkrankung dadurch möglich. Kaum einen Rückschluss bietet ein Hautabstrich, weil in den seltensten Fällen kann man den Erreger über die Haut nachweisen. Kommen wir abschließend zur Therapie eines Erysibils. Wichtig ist zunächst einmal eine Ruhigstellung der betroffenen Extremität. Kühlende und desinfizierende Umschläge sind von Vorteil und auch eine Hochlagerung der betroffenen Extremität wirkt sich positiv auf den Krankheitsverlauf aus. Nichtsteroideale Antiflogistiker wie Acetylsalizilsäure, Paracetamol und Novalgin wirken erstens fiebersenkend und schmerzlindernd. Da es sich zumeist um einen bakteriellen Infekt handelt, kommen Antibiotika zum Einsatz. Bei einem leichten Verlauf 3x1-1,5 Megaeinheiten Penicillin-V und zwar oral. Bei einem schweren Verlauf 3x5-10 Megaeinheiten Penicillin-G-IV und zwar im stationären Setting, das heißt im Spital. In weiterer Folge kann dies dann oralisiert werden. Bei Penicillinunvorträglichkeit kommt Erythromycin zum Einsatz und wenn der Verdacht besteht, dass die Infektion durch einen Staphylococcus aureus verursacht wurde, kommen Cephalosporine zum Einsatz. Eine chirurgische Therapie ist dann indiziert, wenn es zu einem fulminanten Verlauf mit der großen Bildung der Haut kommt. Vom Chirurgen wird dann die Nekrose abgetragen und je nach Größe und Tiefe des Defekts ist auch eine Meshkraft oder plastische Hautdeckung notwendig. Heparin und eine Kompression der betroffenen Extremitäten kommen zur Thrombose-Prophylaxe zur Anwendung. Um das Wiederauftreten eines Erycipels zu vermeiden, ist die Identifizierung der Eintrittspforte dieser bakteriellen Infektion unbedingt notwendig. Auch die Erkennung und Behandlung der bereits erwähnten Risikofaktoren wie Übergewicht, Gefäßstatus und Diabetes sind unbedingt notwendig. Fassen wir also zusammen, das Erycipel wird zumeist von Bakterien verursacht, die über kleine Hautwunde in den Körper eindringen und eine Reihe von Symptomen hervorrufen können. Die antibiotische Behandlung richtet sich nach der Art der Infektion und oftmals ist eine chirurgische Sanierung unbedingt notwendig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.